Und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von Naruto Shippo und Ultimate Ninja Storm 3 Foodburst. Im letzten Teil haben wir mit Gaara und dem Zuhi Kaga zwei der ehemaligen Kaga besiegen können. Nun kommen die anderen beiden dran. Und ja, ihr merkt wahrscheinlich Killer Beats gar nicht drauf. Was soll denn das hier? Das hier ist das hier. Ihr seht ihm zwar verdammt ähnlich. Der Wettstar-Wettbewerb. Er wird gewinnen. Das hier ist nur ein Doppelgänger. Das heißt aber nicht, dass er weniger schwach ist. Bis dahin, ich bin in der Augenblick. Der zweite Schott ist weg. Der vierte Schott ist weg. Ich bin in der Augenblick. Der erste Schott ist weg. Das ist weg. Ich bin in der Augenblick. Das ist weg. Ich bin in der Augenblick. Das ist weg. Ich habe die Zeit, die in der einen Kniemahreinung zu verbreiten. Ich werde das Kniemahreinigen, die mit einem Schleuch-Kunstern geschehen. Ich sage das, was ich. Ich habe mich nicht mehr als Schleuch-Kunstern geschenkt. Das ist ein Schleuch-Kunstern. Ich habe den Kniemahrein. Ich bin! Ich bin! Ich bin! Nalu? Ich bin der Kniemahrein. Warum bist du hier? Die Begrüßung ist vorbei! Jetzt werden sie nicht mehr verhindern! Was ist das? Die頭igere Schmerzen? Wer will, dass ich mich nicht mehr verhindern kann! Warte, ich werde es sofort verhindern! Okay, komm, Kaze Kage! von diesem ehemaligen Kage ist er mein Lieblingscharakter. Keine Ahnung warum. Schade, dass er in diesem Spiel nicht bespielbar ist. Aber in dem nächsten Autospiel, was erscheinen wird, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, sondern euch interessiert der Kampf. Nun kommt es noch Gaara und der Zuri Kage gegen den Mizukage. Und er ist ein Fernkämpfer. Das heißt, wir müssen schnell zu ihm hin und ihn aus der Nähe angreifen. Ansonsten ist er nervig, wie sonst was geht, damit ihn nicht so ausschalten. Alles klar. Wir sind in der Nähe angreifen. Oh, ich bin in der Nähe angreifen. Ah, ich bin in der Nähe angreifen. Ich bin in der Nähe angreifen. Die Wäsche muss ... diese Wäsche muss mit Hand gewaschen werden, ja. Okay, nehm ich das Buch, dann kann ich nämlich meinen Ausweichspalten wieder ausdrüben. Komm schon, komm schon. Jetzt hör auf in der Dusche. Ab die schabischte. Tja, dürfst du nicht so oft Backflips machen. Du hast es geschafft. Naruto, wenn du dich behältst, dann wird diese Wäsche endet. Auf den nächsten Kampf freue ich mich schon, denn da spielen wir nämlich mit dem Naruto im Chakramodus, der dann das neue Moveset hat. Seine Basisform war der Naruto, der halt im Training war. Denn dieser Naruto ist der von ... der halt jetzt im Krieg dabei ist, also seine Basisform. Er hat auch den Chakramodus als Wachzustand, aber sein Moveset ist anders und das wird dir sehen und das finde ich so cool. Das haben die echt gut gemacht, obwohl so viel nicht im Manga oder so gezeigt worden ist. Haben die dort ziemlich was Gutes daraus bauen können. Jutte. Gegner mit Nino zu Ausschaden, beide Spiele nehmen etwas Schaden trotz Blocken. Feinde können die Abwehr leichter durchdringen. Kampf gewinnen. Alles klar. Beide auf den Weinen! Spielen! Also der Streit bei der Tänke! An sich jetzt! Wie ist das? In dieser Stelle, die Beine sind alle Wäsche, die Hände zu sehen. Zitzen, die Haifa- und Zitzen, die sich um den Zug angesehen. Der mà auch wie ist das? Wie mit dem Monat in der Mutter drin sind! Wie ... ich ... das denn? Ich bin einverletzt ... Ich bin ... Oh ... Ich bin ... Schon weg! Und jetzt kommt sein Jutsu, passt mal auf. Das ist das planetare Rasengan. Das war falsch betont, das planetare Rasengan. Das sind im Grunde mehrere Rasengan mit verschiedenen Richtungen und die dann halt all diese Wucht gleichzeitig freilassen. Und dann sollte der Gegner schon eine Kotztüte dabei halten. Bereithalten, so geht's. Noch ein bisschen, dann haben wir die nächste Stufe erreicht. Die Charakterien sind aufgehalten, aber doch nicht ganz. Die Überraschung, denke ich, wird noch in diesem Part erfolgen. Schneidet euch auf euren Stühlen fest, nicht dass ihr euch aus den Socken haut. Wow! Wow! Die Charakterien sind schmutzig. Ich habe es geschafft, dass alle Schmerzen von der Schmerzen sind. Das ist das Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen. Das ist der Fall. Ich bin der Fall. Aber dein Leben ist das, was ich. Ich werde das, was ich. Ich werde das, was ich. Ich werde das, was ich. Na, wir werden hier aus. Der Geist der Beleidung. Das war's für heute. Ich bin dein Bein Wunderspiel, ich bin dein Bar. Ich werde euch mit dem 2-Bereitigen Gehen und mit dir sprechen. Was ist das? Was ist das Problem? Ich bin jetzt für Krieg. Daher will ich mich für die Wunderschöne Zeit zurückkehren. Wunderschöne Zeit? Das ist nicht die Wunderschöne Zeit, oder? Ich verstehe. Das ist der Grund, dass du hier bist. Hey, ich habe schon auch einen Lai-Kaage-Osser über die Lai-Kaage-Osser gewonnen. Oh, das ist der Grund, dass diese Lai-Kaage-Osser-Lieke es nicht so schuldig. Und du bist jetzt? Was ist der Grund? Der Grund ist der Grund, in die... Was ist das? ...und? ...2, der Blatt-Dunnen... ...die man hat, Blatt-Dunnen... ...marsch, dass sie die Blatt-Dunnen verletzen... ...und... was... ...was... es ist noch ein Einwohner... ...und? ...ko... es ist... ...kos... ...die... ...kita... ...Uchiha...Madara... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schau mal, der Mann. Der Mann ist der Edo-Tänse. Wenn der Mann zu sterben ist, der Mann ist der Edo-Tänse, dann wird der Mann zu sterben. Aber er hat sich nicht mehr als er-Tänse weitergehauen. Aber er hat sich mit den Anruf beobacht. Er hat sich eine andere Frage gemacht. Aber er hat sich nicht mehr als er mit dem Mann zu tun. Na, er hat sich nicht mehr als er-Tänse, sondern er hat sich nicht mehr als er-Tänse. Also, er hat sich nicht mehr als er-Tänse, was er. Der Mann ist der Mann zu schau mal, oder? Der Mann ist der Mann der Mann. Es ist ein neues Reich, aber es ist ein neues Reich. Ich sagte vorhin, aber jetzt ist es in der Krieg. Wenn ich mich überrascht, schau mal an, Kaku-Sato hat es. Das ist das, was ich. Ich glaube, es ist etwas, was ich. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich werde mich in diese Weise zurückkehren. Zuerst du jetzt? Das ist, was ich zum Beispiel gesagt. Aber ich habe dir den Edo-Ten-Sei in den ersten Jahren nicht gemacht. Ich habe das ganze Weib-Eubes nicht gewonnen. Lass das ganze Weib-Eubes nicht gewonnen haben. Was hast du mit dem All-Eibes-Eubes nicht gewonnen? Nein. Die Wibes sind da nicht so, ob ich die Leib-Eubes nicht gewonnen. Das war's. Ich werde die Hand öffnen und verabschiedet werden. Kasekage, Naruto! Ich werde das mit mir verabschiedet. Kisagi... ... ein Röhrtenbinn. Ich habe mich schon mal über die Kraft zu erzählen, aber... ... wenn ich mich mit meiner Kraft verabschiedet habe... ... dann würde ich nicht mehr verabschieden. Ja, das war die große Überraschung. Kabuto hat Madara, den wahren Madara, wiederbelebt. Der Mann mit der Maske, die sich als Madara ausgegeben hat, war in Wahrheit, ist in Wahrheit jemand anderes. Nur warum hat er dann so getan, als wäre Madara? Ganz einfach. Wenn er nur irgendjemand gewesen wäre, hätte man ihn nicht ernst genommen. Da er sich aber als Madara einem legendären Ninja ausgegeben hat, haben sie ihn vervollgenommen. So einfach ist das. Und ich kann nur sagen, als das rausgekommen ist mit dem Manga-Kapitel und da war jeder, auch ich, der den Manga gelesen hat, wir waren alle verwunden und dachten uns, wer ist jetzt der Mann hinter der Maske, wenn das nicht Madara ist? Hm. In dem Spiel wird man es leider nicht erfahren. In dem nächsten Spiel schon. Ich schau mal, ob ich davon noch was... Ich würde es wahrscheinlich schon machen. Also, lasst euch überraschen oder schaut nach, wenn ihr euch selbst spoilern wollt. Gut. Alles klar, drei Ninjas gegen Madara. Man meint, man würde meinen, das würde reichen, aber äh, äh, äh. Der ist aus hartgesottenem Holz, dieser Madara. Ich bin nicht immer mir, deine Kurzweil, herauszufinden. Ich denke, es war nicht so. Ich nehme schon. Die Zeit will wiederholfen, bis zum SchlussBund. Auch wenn ich... Das war nicht so. Ich bin nicht so. Wir haben wieder mit... Es ist ein paar Nervener. Ja, wir sehen jetzt eben, dass sogar das ewige Mange Kiyoshiangian, weshalb er seinen Susanoo einsetzen kann. Was mit seinen riesigen Schreitern ziemlich reinhauen kann. Sei es hier keine Zeit verlieren, sondern eben so schnell wir gehen sehen wie möglich. Die Fall ist mit dem Team-Itemate beenden und so wird es auch geschehen. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann! Ich bin der Mann, der mich ausgerufen hat und ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Es ist ein Kampf! Okay, okay! Wie geht's, Uchihama? Das ist der Wettbewerb der Schraube. Schulter klopfen und wird nicht so beeindruckt sein, weil er hat immer noch eine Wiederbildung. Das heißt, sie können ihn nicht töten. Oh? Ich werde den Mann nicht so beeindrucken. Wenn ich mich nicht so beeindrucken kann, ist das kein Problem. Warum? Warum ist der Mann nicht so beeindruckt? Ich würde den Mann nicht so beeindrucken, ich würde den Mann nicht so beeindrucken. Ich werde den Mann nicht so beeindrucken. Je kann das nicht so beeindrucken. Wer sieht dann aus? Wie kann das? Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Du bist noch nicht verletzend. Du kannst du dir nicht mehr, was du? Du kannst du etwas machen, was du? Ja, du bist du! Du bist du, du bist du! Du bist du, du bist! Du bist du? Da ist es, dass das Schlechstück auf die Schlechstück steckt. Das ist ein Schlechstück, der Schlechstück von einem Schlechstück. Das ist ein Schlechstück. Der Schlechstück steckt. Das ist ein Schlechstück. Ich habe es geschafft, Noka. Super. 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 Das war's für heute. Sie haben ihn als Madara genannt. Das ist ein Mensch, der Madara ist, in diesem Weltraum. Auch wenn ich mich, wenn ich mich nicht so fühle, wird der Welt gefährlich sein. Das ist der Name der Macht. Der Name ist die Frage, und ich habe mich nicht verletzt. Ich bin ein Wettbewerb. Ich habe mich schon... verletzelt. Was ist das? Die Verteilung der Verteilung der Verteilung hat einen großen Wettbewerb in der Verteilung. Das ist das Wettbewerb. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist gar nicht. Nichts. Was ist das Magdala? Tuna-de-Sama, das ist es! Ich bin! Ich habe gesagt, dass du Mabui gesagt hast. Ich habe die Handlung für die Handlung. Es ist kein Handlung! Die Handlung für die Handlung ist ein Handlung für die Handlung. Es ist nicht anders, wenn man die Handlung für die Handlung ist. Es ist nur für die Handlung für die Handlung. Es ist nur für die Handlung. Ich habe nur noch ein paar Gedanken. Wenn ich mich für die Kugel-Sahe und die Kugel-Sahe ansehe, dann kann ich es nicht mehr. Ich habe ein bisschen Gedanken. Ich habe mich für die Gehen-Masen gebetet, und habe den Gehen-Masen gebetet. Das ist, dass ich ihn für ihn移動. Ich habe gerade mit Gehen-Masen mit dem Gehen-Masen gebetet. Aber dann... Ich habe keine Angst, dass ich das benutze. Was ist das? Was ist das? Lai-Kage, Hoka-Ga-Sama. Mabui, ich bin bereit. Ich bin nur zwei. Lai-Kage-Sama! Die Situation ist bis zum Schluss. Die Situation ist bis zum Schluss. Jetzt ist es, dass ich das erste Mal auswählen bin. Ich bin bereit, Gawla? Ah, aber... Ich bin der Kage, Hoka-Ga-Sama. Ich bin bereit, ich bin noch nicht. Das war's für mich. Das ist ja so. Gut, ich glaube, es gibt noch einen Geist. Die Erde und die Erde sind sehr warm. Ich möchte ein wenig wissen, was ich. Das ist so heiß. Ich habe das Schmerzen. Aber bitte beantworte. Es wird sicherlich verletzt. Ich werde das Schmerzen für den Schmerzen. Ich werde das Schmerzen. Das Schmerzen! Was ist das Schmerzen? Das Schmerzen ist schon noch nicht mehr. Ja, wie geht's denn? Naruto... heute wird er Kraft geben. Kann ich nicht sagen? Nein. Chakra ist nur für dich. Schrauben wir nicht. Wenn du dich schaffst, dann ist es besser. Geh... Wenn du jetzt bist, ist es das Geheimnis. Ich bin der Wettbewerb. Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Was für die Wettbewerb. Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Du hast gesagt, das ist ein Wettbewerb. Wettbewerb? Das ist ein Wettbewerb. Der Wettbewerb wurde von Kielbis. Ich habe das Wettbewerb. Ich habe das Wettbewerb. Nartow, ich werde das Wettbewerb. Nartow, jetzt geht es weiter. Ich werde das Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich werde das Wettbewerb im straightsig bitter. Ich werde das Wettbewerb machen. Ich werde das Wettbewerb machen. Ich will noch ein paar Maschinen. Der Wettbewerb ist ganz sicher. Das Wettbewerb. Unsere Wettbewerb sind immer noch ein Zufang tracke. Wir werden jetzt weit wegbewerben am wegen des Staates. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich weiß nicht, ob ich die Vergangenheit verabschiedet habe. Ich kann mich über die Vergangenheit verabschieden. Und das ist noch eine 4-jährige Krieg. Das ist die Vergangenheit? Nein, das ist anders. Das war's für euch. Ich habe keine Worte, aber ich habe keine Worte, was ich. Ich habe keine Worte, was ich. Ich werde mich, um für mich, um für mich. Ich werde dich hier verletzen. So, was ich? Ich werde mich noch nicht mehr überraschen? Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Oh, ich habe die Schmerzen geblieben. Ich bin der Kuss. Ich habe es so nah, aber ... Ich glaube es ist es, dass Sie die Geist von der Geist von der Geist von der Geist von den Geist von den Geist von Herzen vermittelt. Ich weiß es, dass Sie von der Geist von der Geist von den Geist von 4 sind, aber das ist es, dass Sie alle in den Kopf von 3 werden können. Ich helfe. Ich habe mir noch ein paar Jahre lang, was Sie noch am Leben verletzt. Ich habe noch nicht geholfen, was ich noch nicht geholfen kann. Ich werde endlich abhauen. Ich habe noch nicht geholfen. Okay, ich bin bereit. Ich bin sicher, dass ich noch lange lange bin. Das war's für mich. Wunderbar... ... dass wir mit den Schrauben zusammenarbeiten können. Die Schrauben... Ich bin... ... dass ich das tun kann. Das ist nicht notwendig. Na... warum? Diese Krieg ist nicht nur für dich zu retten. Es ist ein Kampf zu retten. Naja, ich bin hier. Hey, Naruto. Ich habe, diese Krieg, in der ersten Zeit war, nur für die Räume zu retten. Aber ich habe, Altyazı M.K. Ich werde das nur noch nicht verletzt. Ich werde das hier nicht verletzt. Ich werde das immer noch ein Gehlauch. Das ist ein Weg, der ich mich für die Liebe verletze. Das ist ein Weg, das der hier nicht verletzt. Das ist ein Weg, der ich mich für die Hoffnung verletze. Der alten... Der neue. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist die Welt. Wir werden sich Madara stellen, dem alten Madara und Naruto und Killebi werden sich um den neuen Madara kümmern, der... ... ... Wie ist das? Es ist wie gesagt, dass der Hochschild und Matarra mit dem Krieg starten ist. Es ist eine große Herausforderung. Es ist plötzlich startet. Diese Krieg wird auch immer weiterverfolgen. Wir müssen uns auch noch nicht gewinnen. Kuss! Ich habe auch noch Kontakt mit dem Kontakt. Der Wurzumaki-Naruto-Naruto-Kage-Ven-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin. Und wir sind in den Zweck, und wir sind in den Krieg. Das stimmt. Die ganze Welt ist sehr aktiv. Ja, nach dem Schluss. Wenn wir hierher werden, können wir es nicht mehr schaffen. Und wir werden nur in der Welt glauben. Lass uns alle. Was ist das, was ich hier passiert? Es ist entscheidend, nicht wahr? Wir wollen uns gemeinsam kämpfen. Aber dieses Krieg ist für den Nartokun zu retten. Aber warum ist das? Wenn ich nur ein Mensch leben will, ist es wichtig. Wenn wir uns alle zusammen machen, dann können wir uns gemeinsam machen. Ich habe das entschieden. Nartokun, du... Ich werde diesen Krieg wieder entscheiden. 皆 so gut meine damen und herren diesen ganz schön langen part musik hier Wir beenden im nächsten Teil, wenn wir nun den Bosskampf, die 5K gegen den alten Madara erleben. Es wird ein Kampf sein, den ihr, denke ich, noch nicht erlebt habt in diesem Spiel. Es waren einige harte Kämpfe da, einige epische Kämpfe, aber ich glaube, diese beiden letzten Kämpfe, das sind die beiden letzten großen Kämpfe, die werden alle anderen Kämpfe in den Schatten stellen. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns wieder. Bei der Fortsetzung von Naruto Shippuden, all dem in Ninja Storm 3 Full Burst. Ich bin der 93 Chobo, I love to entertain you, tschüss and goodbye.